Dieses hier hat mich an Detroit erinnert. Verlassene Geschäfte, sterbende Industrie, ein leeres Stahlwerk. Mike hat hier gearbeitet, bis er und 1000 weitere entlassen wurden. Der Industriestadt Lorraine ging es schon lange schlecht. Jetzt ist die Lage dramatisch. Diese Jobs sind für immer weg, die kommen nie mehr zurück. Über die Hälfte meiner Bekannten ist allein durch die Schließung des Stahlwerks betroffen. Oder die der Zulieferfirmen. Alle zu. Präsident Obama hat auch hier neue, grüne Jobs versprochen. Doch sie alle haben schon keine Krankenversicherung mehr. Die Raten fürs Haus sind überfällig. Jede Nacht ist eine schlaflose Nacht. Ich habe zwei Kinder und meine Frau arbeitet so viel sie kann, um uns durchzubringen. Du bewirbst dich auf eine Stelle, aber da sind 400 weitere Bewerber. Es gibt schlicht keine Jobs. Und du machst trotzdem weiter und versuchst es. Ohio gilt bei der Kongresswahl als so gut wie verloren für die Demokraten. Den kleinen Salon teilten sich damals zwei vorher selbstständige Friseure. Arbeitslose sparen zuerst am Haarschnitt. Auch hier, die Krise hatte sie alle bitter gemacht. Obama war kein Hoffnungsträger mehr. Er redete immer sehr schön, meint Phyllis, aber er hat da nichts hingekriegt. Ich habe viel mehr erwartet. Sind Ihre Freunde auch enttäuscht? Oh ja, sehr. Ja, fast jeder. Goodwill, eine karitative Organisation. Firmen der Umgebung hatten früher Gelegenheitsaufträge erteilt, Jobs für 100 Hilfsarbeiter. Als wir filmten, reichten die Aufträge nur noch für ein Dutzend. Wie in einem Brennglas wurde hier Obamas größtes Problem deutlich. Amerika hat seine industrielle Basis verloren und damit viele Millionen Jobs für einfache Arbeiter. Und die, sagte schon Bill Clinton, kommen nie mehr zurück. Amerika stellt fast nichts mehr her. Container aus Asien bringen jetzt die Computer und Fernseher, die Navis und Rührmixer, ja selbst die Smartphones und E-Reader, die hier nur noch entwickelt wurden. Mit der Fertigung aber verloren die USA auch die Fachkräfte ein Teufelskreis. Zurück nach China vor allem gehen die Container dann leer oder beladen mit Altpapier, Metallschrott und Futtermitteln made in USA. Ohne Industriejobs aber, die die einfachen Arbeiter ernähren, wächst die Verbitterung bei denen, die an Obama glaubten. Einen von ihnen trafen wir hier. Charles, der aus Alabama flüchtete, um an der Westküste einen Job zu finden. Es war hart der lange Weg durch die Staaten. Ein halbes Jahr waren wir unterwegs, um einen Job zu finden. Das heißt mein Vater und das mein jüngerer Bruder. Ich habe auch eine Frau und ein junges Baby. Heute war ihre letzte Nacht in der billigen Absteige. Sie haben keinen Cent mehr. Davor haben sie monatelang zu fünft in ihrem alten Auto geschlafen. Um zu überleben, mussten sie auf der Straße betteln. Hier unsere Schilder. Fünfköpfige Familie mit Baby aus Alabama, gestrandet. Jede Hilfe willkommen. Gottes Segen. Und so haben wir dann Lebensmittel bekommen. Diese hier. Sie hatten Glück. Gleich zweimal. Ein Sozialarbeiter sah die Bettelszene und verschaffte den arbeitslosen Glasern eine vorübergehende Unterkunft. Doch wie kamen sie überhaupt in diese Lage? Ich glaube, unser Schicksal ist typisch. Wir haben all den langen Weg quer durchs Land Arbeit als Glaser gesucht. Aber es gibt einfach keine in den ganzen USA nicht. Da, so haben wir auch gebettelt, wie diese Frau. Wir standen wie sie in unseren Schildern an einer Kreuzung. Ich habe noch immer gearbeitet, meine Rechnungen bezahlt. Niemals hätte ich gedacht, ich würde so da stehen und andere um Hilfe anfliegen. Ohne die Sozialwohnung, zu der sie jetzt fahren, hätten sie alle ab heute auf der Straße gesessen. Nach fast sechs Monaten hat die Familie jetzt zum ersten Mal ein festes Dach über dem Kopf. Aber wichtiger noch, sie können ihren Sohn behalten. Obdachlosen Eltern nehmen die Behörden hier ihre Kinder ab. Und seine Mutter ist wieder schwanger. Ich hätte nicht im Traum geglaubt, dass so etwas passiert. Ich dachte eher, ich würde meinen Sohn verlieren und auf der Straße leben, ohne Ausweg. Also, das ist ein Segen. Es ist wunderbar. Ein Segen. Offiziell ist Amerikas Rezession für beendet, erklärt aber, die Arbeitslosigkeit bleibt. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen hat Spitzenwerte erreicht. 40 Millionen Amerikaner sind schon von Nahrungshilfe abhängig. Die Arm-Reich-Schere erinnert an die einer Bananenrepublik. Ich kannte solche Bilder aus Russland. Sie hier, gleich in Washingtons Vororten zu filmen, war ein Schock. Fünf Kartoffeln pro Kopf, das höre ich heute noch. Diese Leute hier hatten keinen amerikanischen Traum mehr. Obama hoffte, den Traum wiederzubeleben, langfristig. Energiewende, Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Doch seine Botschaften prallten ab. An konservativen Reflexen. Weniger Staat, weniger Steuern. Das alte Erfolgsrezept für Amerikas Größe. Obamas Botschaften erreichen nicht die Herzen der Bürger. Ein Sheriff überwacht die Zwangsräumung eines Hauses. Die Immobilienkrise macht alles noch schlimmer in Obamas Amerika. Immer mehr Hausbesitzer können ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen. Die Hauspreise sind abgestürzt. Die Bauindustrie liegt am Boden. Noch weniger Jobs. Geräumt wird oft Wochen nach Zahlungsverzug. Kreditkarte ausgereizt, Billigjob verloren, obdachlos. Mieterschutz ist ein Fremdwort. Wer keinen Schlafplatz auf der Couch bei Freunden findet, landet schnell auf der Straße in Amerika. Doch selbst da wird geräumt. Zwar freundlich, aber mit Nachdruck. Diese Bilder haben wir in Portland, Oregon gefilmt. Ich kenne ihre Situation nicht, aber ich glaube, das kann jedem passieren. Auch sie wird sich einen versteckten Schlafplatz suchen müssen. Wie viele landesweit obdachlos sind, weiß niemand genau. Doppelt so viele seit der Krise, schätzt diese Polizistin. Doch die verstecken sich, meint sie, wenn auch ein Auto hat, schläft darin, auf Parkplätzen in den Vororten. Einmal pro Woche bringen Freiwillige warmes Essen unter die Brücke. Und wie so oft bin ich von der Hilfsbereitschaft vieler Amerikaner beeindruckt. Hier gibt es einen kostenlosen Haarschnitt, obwohl diese Kundin gar nicht obdachlos ist. Ich komme her, um meine Familie zu treffen. Meine Nichte und mein Neffe sind obdachlos. Und wie passierte das? Sie kamen aus Iowa her, sie hatten keinen Job, also auch kein Geld. Fußmassage für einen jungen Obdachlosen. Von denen gibt es jetzt immer mehr, meint der freiwillige Wohltäter. Medford, Oregon. Hier hatten wir Matt und Clinton gefunden, zwei obdachlose Jugendlichen. Matt war neu in der Stadt, seine Familie lebt im Nachbarstaat. Clinton zeigt ihm einen besseren Schlafplatz, windgeschützt. Im Winter wird es ziemlich kalt hier im Nordwesten der USA. Wir baten die beiden, uns ihr Amerika zu zeigen. Ganze Gruppen von Jugendlichen schlafen in den Wäldern, erzählten sie uns, weil sie nachts aus der Stadt vertrieben werden. Dort warten tagsüber Freiwillige mit warmen Jacken und Essen auf die neue Generation von Obdachlosen. Es werden immer mehr, hören wir, die wie Matt auf der Straße leben. Die Wirtschaftskrise lässt Familien zerfallen. Arbeitslose Eltern verlieren ihre Häuser, flüchten zu den Großeltern, Spannungen, Alkohol. Das Übliche. Bei uns im Camp haben wir auch zwölf, 13-Jährige, 16-Jährige. Die kommen vorbei und wir sagen denen, los, nimm dir einen Schlafsack. Aber dort filmen? Nein, meint er. Das ist doch eine Fluchtstätte für mindestens 15 von uns. Da lassen wir niemanden hin. Wir suchen mit einer Sozialarbeiterin nach den versteckten Lagern. Die Polizei tut das auch und vertreibt die Jugendlichen dann darum die Angst vor Entdeckung. Erste Spuren, erst vorgestern ist hier ein Obdachloser nachts erfroren. Und dann finden wir ein Zelt mit einem Zettel darin. Eine offenbar verzweifelte Mutter hat ihn geschrieben. Da steht, hallo Babygirl, ich habe deinen Schlafplatz gefunden. Ich will dich nach Hause bringen. Wir treffen Matt an der Brücke wieder. Wo seine Eltern leben, in diesem kleinen Dorf, gibt es keine Jobs mehr, aber schlechte Freunde mit vielen Drogen. Nachdem die Polizei ihn aufgegriffen und verwarnt hatte, beschloss Matt, woanders eine Ausbildung, einen Job zu finden. Er wusste nicht, wie schwer es sein würde. Nein, vor einem Jahr hatte ich ganz andere Pläne. Vor einem Jahr wollte ich noch Geld sparen und ganz Amerika erforschen. Doch Matts Traum von Amerika ist an der Wirklichkeit gescheitert. Die Vereinigten Staaten, die er regiert, sind hassvoll entzweit. Ausgerechnet durch ihn, der das Gegenteil versprach. Aber die Ahnung, dass Amerikas Tage als überlegene Supermacht gezählt sind, hat sein Land verunsichert und verbittert. Wähler wollen eine schnelle Lösung, sie wollen wieder Hoffnung und Wandel, aber viele nicht mehr von ihm.